Hallo, Namen, zang. Ich geh mal direkt hier. Einer muss ja, ne? So, alles klar? Ach, das freut mich. Mensch, wir haben hier eben schön Catering gehabt. Ich muss ja sagen, ich ess ja super wenig Fleisch, ne? Aber wenn, dann nur Bio. Und weil ich total gegen Massentierhaltung bin, aber meine Freundin Lucy, die isst nur Fleisch aus Massentierhaltung. Die sagt, ich esse nur Fleisch aus Massentierhaltung, weil ich finde es voll fies, glückliche Tiere zu schlachten. Ist auch eine Haltung, muss man sagen. Und wo macht sie das, ne? Wo macht sie das Fleisch? Wo brät sie da drin? In einem Multifunktions-Küchengerät. Sie wissen, wovon ich spreche. Ich finde es immer gut, wenn die Industrie für Teuergeld Dinge erfindet, die das Gleiche machen, was man sonst auch macht. Nur genauso. Ich liebe meinen Thermomix, denn er ist fix, er ist fix. Er schreddert meine Möhren klein, er sagt, komm her, ich hack sie fein. Ich fühle mich nie mehr allein. Kann ich stundenlang, ne? Macht er während des gesamten Kochvorgangs, ey. Stundenlang, kostet aber nur 1100 Euro. Schnäppchen. 10.000 Umdrehungen pro Minute, ne? Der neue TM5. Hör mal, Sebastian, kannst du sagen jetzt, hey, ich hab den neuen TM5. Das finden Männer dann auch geil, ne? 10.000 Umdrehungen, ey. 1100 Euro, Heck-Spoiler, Sportauspuff. Und laut. Früher hatte ich eine Laubbläser. Doch das reicht ihm mir nicht, das reicht ihm mir nicht. Denn er entsaftet nicht. Das hat ein Kack-Design. Unter den Küchengeräten ist er der Presslufthammer. Damit mach ich den Max. Auf dem Brot noch viel strammer. Ich mach Puder, Zucker, Saft, Püree und Sorbet. Bin ich deshalb ein Gourmet? Nee! Ich wasche meine Wäsche fix im Thermomix. Ich leg die dritten Zähne ein im Thermomix. Was glaubt ihr, wo der Draghi seine Euros druckt jetzt alle? Im Thermomix! In der Hölle gibt es keine Folter mehr. Es gibt den Thermomix. Die CIA macht Waterboarding im Thermomix. Da kann ich nur rühren, da kann Planeten erschaffen. Das ganze Universum mit Menschen und Affen. Das war der Thermomix, der Thermomix. Der Thermomix, der kann alles, danke, Vorwerk. Wenn man vom Staubsauger wechselt, wird gehäckselt. Sagt meine Freundin Lucy, der ist so super. Der macht auch Smoothies. Smoothies kennt er, ne? Da kannst du Feldsalat, Spinat, Ananas, alte Socken, Winterreifen. Kann alles rein. Das ist so gesund. Und die Wohnung wird auch leerer. Top! Ich heiße Lucy, mach mir ein Smoothie. Ich heiße Lucy, mach mir ein Smoothie. Ich mach aus Früchten Matsche. Ich hab einen an der Klatsche. Smoothie, mmh, Smoothie. Bananen, Avocado-Kerne, alles mach ich klein. Hau mir die Pampe gerne vorne. Und oh, ja, nein. Wie gesund ist das? Ich werde niemals sterben. Meine Kinder finden scheiße, denn sie wollen erben. Und der Rühraufsatz da drin, der heißt ja Schmetterlinge. Da hat schon ein berühmter Ruhrgebietssänger drüber gesungen, dass das Ding eh hin zerrütteln kann. Hab Schmetterlinge in meinem Topf. Kann alles essen, oh, kann die Milch vermessen. Das gelingt mir gut. Oh, oh, gib mir mein Thermomix. Ich brauch deine Liebe nicht. Gib mir mein Thermomix. Dankeschön. Dankeschön.